Hallihallo, hier ist Herr Guzoa. Er hat wieder Zeit gefunden, zum Glück. Meine Nase hört sich immer noch scheiße an. Das ist nicht so lustig, aber so ist das. Folgende Sache. Also wir sind natürlich wieder bei Eclash dabei, auf jeden Fall. Und das soll ein Bogencheck-Anmeldungsvideo wieder sein. Also sprich, ihr könnt das reinschreiben, hier Bogencheck mit Hashtag und so weiter und so fort. Und ich habe mir das jetzt mal anders vorgestellt. Und zwar zuvor ist ja immer so gewesen, ja okay, man hat sich das durchgeguckt und man hat zwar auch relativ lange an einer Base gesessen und geguckt und geguckt. Das wäre auch nicht so verkehrt. Die beiden Lager hier wegrotzen. Und zwar, man hat geguckt und geguckt und alles gut. Das fand ich gar nicht schlecht. So, aber folgendes Problem. Ich würde das gerne so machen, dass ich, ihr schreibt es halt rein, hier, ich bin der und der, dem und dem Clan und so weiter und so fort. Und ihr müsst gewährleisten, dass der Clan zugänglich ist. Also sprich, dass ich da halt auch reinkommen kann, weil ich würde das gerne wirklich ausprobieren. Ich mache einen Bogencheck, gucke mir das an. Erstens, wenn ich in deinem Clan bin, habe ich den Vorteil, ich sehe natürlich deine Fallen auch, klar. Das ist ein riesengroßer Vorteil, kann man ein bisschen besser einfach drauf eingehen. Und dann habe ich aber noch die Möglichkeit zu sagen, gut, okay, dann lass mal wirklich hier so ein Friendly Fight machen. Dafür, wie gesagt, solltest du halt da sein, weil wenn du diesen, ja, wenn du nicht da bist und kannst du natürlich diesen Friendly Fight nicht anfragen. Das ist natürlich das Hauptproblem. Und dann könnte ich das natürlich nicht machen, was natürlich schade wäre. Und deswegen, ja, gehe ich mal davon aus, dass euch das definitiv gefällt. Klar, da gehe ich nicht davon aus, dass es irgendwie nicht der Fall sein sollte. Also von daher wäre das schon eine nice Nummer. Aber, ja, wie gesagt, gucken wir mal, wie das wird. Dass man halt wirklich sagt, gut, okay, sobald ich jemanden checken würde, würde ich das auch bei YouTube dann reinschreiben. Ich dachte zuvor auch, oh ja, über Facebook, nicht jeder hat Facebook und so weiter und so fort. Von daher denke ich mal, wäre das die coolste Sache, dass ich dann unter seinem Beitrag schreibe, hier, komm mal jetzt online, ich check dich jetzt. Dass dann jeder auch Bescheid weiß und fertig. So, so sieht es aus. So, jetzt wird die garantiert gegrillt. Genau, ja, ja, weil Single. Und das denke ich mal, wäre eine richtig coole Nummer. Und, jo, so schaut es aus. Also unbedingt immer mit Hashtag, dass ich dann nicht ewig am Suchen bin, klar. Ja, und wie gesagt, dann eben auch, dass ich halt wenigstens in die Clan reinkommen kann, dass der nicht komplett geschlossen ist. Und, ja, so sieht es aus. Das dazu. Und ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich hatte wieder Arbeiter frei, alles cool und denke mir, gut, okay, hast ja deine irgendwie, was war das? Ich glaube, drei Mille kostet ja das Upgrade auf Kaserne 11. Ja, die habe ich ja. Ach, ja, stößt mal an. Ja, und habe vergessen, ich wollte ja die Armeelager upgraden. Das ist natürlich echt daneben, aber so ist es halt. Leider keine Riesen. Okay, kriegen wir hin. Ich merke auch momentan, also einer schrieb heute, und das kann ich ihm auch absolut gar nicht übel nehmen, dass ich jetzt sagen würde, oh, was ist denn das für einer? Der schreibt, ihr seid zu inaktiv. Ist momentan wirklich so. Also ich würde wirklich sagen, irgendwie so ein Sommerloch momentan. Dass halt wirklich nicht so viel los ist. Was aber auch in Ordnung ist. Also ich, ist halt einfach so. Man hat eben auch mal andere Sachen im Kopf, und von daher ist das okay. Ich gucke mal trotzdem in den Angriff rein, und zwar hatte er Eilaus schlaflos angegriffen. Und da können wir ihn trotzdem mal zeigen. Bloß, wie gesagt, das verstehe ich vollkommen, wenn er sagt, oh, hier, ey, ihr seid zu inaktiv, hier wird ja gar nicht geschrieben und so weiter und so fort. Das ist so, und wie gesagt, da möchte ich aber auch keinem aus dem Klaren Vorwurf machen, so nach dem Motto, oh, warum ist hier keiner online oder sowas. Weil, im Großen und Ganzen sind wir natürlich wirklich trotzdem sehr aktiv, aber wenn man dann halt eben besonders in der Schulzeit halt gerade halt da nicht am Start ist, dann ist das vollkommen legitim. So, hier haben wir natürlich wieder die Adlerartillerie, die halt gleich richtig den Golem auseinandernimmt. Bam, 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 kaputt ist er. Genau, klar, gefreezt, dass die halt nicht weiter Schaden machen kann, da ist er auch schon weggeschnetzelt. Und Town Hall Down, den Inferno hier noch schön gefreezt und wie gesagt, auf Multi-Pille-Palle. Also, aber wirklich, wenn er halt eben auf Single ist, ist halt echt krass, wie schnell der auch ein King, auch ein 40er King, einfach mal wegballert. Das ist schon richtig, richtig krass. Aber ist er gut reingekommen. Das passt. Wobei er hier oben, denke ich, auch auf jeden Fall den Low King merken wird. Also, ich sag mal, da ist dann doch schon, im Gegensatz zum 40er, ist da dann doch nochmal ein großer Unterschied. Aber hat ja geklappt. Lief ja. War ja kein Thema. So, jetzt gucken wir mal, was die Truppen hier noch sagen. Uh, wieder schon wieder viel zu viel. Ihr habt ja im letzten Video gesehen. Wenn man halt die 26 Mauerbrecher hat, dann nimmt man die auch. Hier nebenbei nochmal richtig cool. Ich kann halt 80 Troops pro Kaserne produzieren. Daumen nach oben dafür. Das finde ich richtig, richtig nice. Und dann ist das schick. So, jetzt gucken wir uns den zweiten Count nochmal kurz an. Weil da ist ja schon eine Weile nichts mehr gezeigt worden. So, und da sind wir schon. Ich wurde mal doller angegriffen. Weil ansonsten bei dem Base-Layout in Silber und auch in Gold wird man eigentlich relativ wenig angegriffen. Man kriegt einfach nur die Pokis geschenkt. Also, das passt eigentlich ganz gut. Ja, okay. Hier ist sie aber auch im Rahmen. Mal gucken, was der geklaut hat. Na, doch. Doch, doch, doch. Das war schon ganz schön viel. Aber wir sehen natürlich, hier gibt es wieder eine Juwelenkiste, eine Jambox. Wie ihr das nennen möchtet, es ist vollkommen egal. Denn es bleibt das Gleiche. Ja, es sind einfach mal 25 Gems für mich. Ja, sind es wohl. So. Und ein Juwelenpilz. Haha. Nee, ein Pilz abgebaut und dafür Juwelen erhalten. Das ist ziemlich geil. So, jetzt gucken wir mal, wo wir noch... Auf was wollte ich noch... Genau, genau. Ich habe das noch gar nicht erwähnt. Hier, bei dem Account ist es so, ich habe mich rangesetzt und habe dann doch ein bisschen mehr Elix gefarmt und habe den Drache angestoßen. Weil ich habe mir gedacht, wirklich, also man steht dann da so, guckt so, oh, was könnte man machen, was könnte man machen. Bogies und sowas hatte ich ja schon so weit oben. Barbaren würden dann auch noch kommen, klar. Aber stand ich da, oh, was machst du, was machst du. Und dann mache ich am liebsten immer das, was wirklich am teuersten ist. Dann kommen hier Augen zu und durch und dann hat man danach nur noch das Billige. Wie macht ihr denn das? Das würde ich gerne mal wissen. Sagt ihr, oh, naja, egal, ich mache lieber erst mal das kleine Zeug und dann das andere höher. Wie sieht es bei euch aus? Das würde ich gerne mal wissen. So. Hauen wir da auch nochmal einen Kobi Attack rein, logischerweise. Gleiches Base Layout, wa? Oder zumindest fast. Hauen wir mal ein paar Kobis drauf. Ja, genau, Junge, läuft. Ja, geil. Cool. Braucht ich nicht mal welche nachsetzen, hat trotzdem geklappt. Einwandfrei. So, hier, ja, mehr ist hier nicht nötig. Immerhin. Ich meine 63.000 für 4, 5 Golems, äh, Golems vor allen Dingen, Kobolde. Ich kann's nicht entziffern. Egal. Soll mir egal sein, auf jeden Fall kriegt der sein Schild. Weil, da habt ihr schon recht, da habt ihr schon recht, wirklich, wenn ich ihm das Schild nicht gebe, der Nächste, der angreift, hat halt nicht den kompletten Loot, das stimmt schon. Und das darf man nicht vernachlässigen, das ist schon richtig. Man darf nicht heulen, oh, warum gibt's den Loot nicht, warum gibt's den Loot nicht, und wenn ich ihm aber kein Schild gönne, ja. Aber ich meine, hier eh easy, weil Rathaus ist draußen, passt. Jetzt ist halt die Frage, die, ich glaube, das kleinen Zeug hier draußen, oder hier drinnen, lass ich. Das, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht für 30.000 hier, äh, nochmal die Kobolde hier so zu aktivieren und, nee, gleich mal nochmal einen hinten ran. Geht, geht, also hier, ach komm, hier nehmen wir den, weil, wie gesagt, ist ja, ist ja Banane, mal gucken, vielleicht kriegen wir da auch noch hier das, das Schild, aber schauen wir mal, also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, und dann ist es doch nicht so, gucken wir mal, wie viel geht, oh ja, doch, doch, auf jeden Fall nice, auf jeden Fall nice, dann müssen wir reingehen, dann müssen wir Hallo sagen. Ja, schade, ja, klar, ich meine, warum nicht, ich meine, wenn da ein Lager steht, dann gehen die natürlich aufs Lager, ich meine, ist ja jetzt nur der einfachste Weg, klar. Genau, da wollte ich es ja nämlich hinhaben, und das sollte reichen, das sollte reichen, zack, 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 Alfred und Willi, sie sind drin und machen richtig Party. Sehr gut, da ist leer. Okay, das heißt, also, ich habe schon so, in Anführungsstrichen, die Besten mir rausgepickt, weil, da brauche ich nicht hin, da brauche ich echt nicht hin. Dann gucken wir, ob wir eventuell, ah, sieh, ja, du bist so lustig, ha, 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 ha. Du hast es voll geschafft, Junge. Ich weiß ja noch, wie Fred sich denn immer drüber aufgeregt hat. Ah, ha, 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 ja, ja, also, wie gesagt, kann jeder halten, wie er möchte, mit den, mit den Teslas so, aber wie gesagt, man kann halt eben oft auch richtig schön auf die Schnauze kriegen, weil der Gegner sich halt sagt, gut, okay, komm, ey, don't fuck the fucker, und ihr wisst, was ich meine. Also, ja, so ist das halt. Das war's dazu. Jetzt wisst ihr auch wieder, wie es in meiner, äh, ja, zweiten Base aussieht. Ganz gut. Wie gesagt, geht voran. Langsamer auf jeden Fall als beim, beim ersten Count, aber doch stetig. Jetzt habe ich vor kurzem die Queen of 8 gemacht. Das hat auch ganz gut gepasst, aber das läuft, das passt. Das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, Bogencheck, Anmeldung, ab jetzt kann die halt rausgehauen werden, in diesem Video einfach unter das Video posten und dann gucken wir, wie wir das machen, dass der Clan dann, wie gesagt, nicht unbedingt offen ist, aber zumindest auf Einladung, dass ich relativ schnell reinkommen kann und dass ich dann eben gucke und dann die Base direkt mal angreife, dass du halt online bist, dass du eine Anfrage starten kannst. Das war's von mir. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.